Yo, was geht ab Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es endlich eine neue Liga Live Session. Aber bevor ich dazu komme, wollte ich mich unbedingt noch bei euch allen bedanken. Ohne Scheiß, wir sind jetzt über 90.000 Abonnenten ohne Witz, weil wir dieses Jahr noch die fucking 100k knacken würden. Das wäre das beste Weihnachtsgeschenk, was man überhaupt bekommen könnte. Auf jeden Fall wollte ich mich einfach nur krass bei euch bedanken und ich wollte euch ankündigen, es wird demnächst auch noch ein richtig geiles 90.000 Abonnenten Special auf euch zukommen. Und wenn ihr drauf Bock habt, lasst dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Und schreibt mir auf jeden Fall weiterhin eure Gamertakes in die Kommentare. Vielleicht zocken wir bis Black Ops 3 noch ein bisschen zusammen. Ich habe auf jeden Fall schon mit vielen von euch gezockt. Und dann würde ich nur noch sagen, viel Spaß mit dem Liga Zusammenschnitt. Und go. Okay, Jungs, erste Runde essen die auf Stand-Off. Alter, was machen die da? Digga, sind die eigentlich? Hä? Lol. Geh durch Döner durch. Okay, komm, jetzt muss ich mich anstellen. Da war einer. Habe ich, habe ich. Schön, da oben war auch noch einer. Ah, shit. Ah, nice, schön. Die Runde war perfekt, Alter. Schön ein bisschen durchgepusht macht man eigentlich normalerweise in so ein Liga nicht. Aber es hat gut geklappt. Nice. 100er Prezi am Start. Müssen jetzt aufpassen. Da ist einer durchgepusht. Nice, den haben wir. Okay, hier kommt auch einer. Hat er ihn? Ja, hat er sehr gut. Da oben war, glaube ich, einer. Nee. Ich plante mal B. Hoffentlich klappt das jetzt. Schönes Ding. Nein, von oben! Nice. Oben ist auch noch einer irgendwo. Oh Gott, das war richtig knapp. Hier liegt die Bombe. Nice. Hey, wo war der? Hä? Was, der hing da? Ich hab ihn null gesehen. What the fuck? Ich hab ihn echt nicht gesehen. Holy shit, man. Fuck, ey. Nice. Oh man, der hat Hacks angemacht. Er hat Hacks an, ey. Ernsthaft? Er hat Hacks in Liga an. Er ist deutsch und hat Hacks in Liga an. Alles klar, Digga. Deswegen hab ich ihn grad auch nicht gesehen und jetzt auch wieder nicht. Schön Hacks angemacht, Junge. Sauber. 58, 57, 56. Okay, und zweite Runde Stellung auf Stand-Off. Ich hoffe, jetzt haben wir keinen Hacker am Start. Nice, den haben wir. Mach mal rein in die Stellung. Oh, komm schon! Okay, komm, nächste. Die haben wir richtig verkackt. Okay, nice. Komm, zwei Stück down. Pusht in die... Komm, push rein, Digga. Okay, schön. Nice. Stellung gebraked. Okay, er ist da unten, er ist da unten. Fuck, Mann. Ich muss meinem Team helfen jetzt. Komm. Er ist von vorn, okay, passt. Den haben wir. Pushen mal nach vorne. Da ist er. Nice. Er ist da durch. Komm, wir pushen da jetzt rein. Den haben wir hier noch in der Ecke irgendwo. Da ist er. Nice! Okay, noch 20 Sekunden halten, das schaffen wir. Irgendwo war hier einer. Okay, komm, wir versuchen das. Nice. Nice. Wir müssen drin bleiben. Stirb. Okay. Gucken wir mal hinten. Boah, es war so wichtig. Schön. Nein, Teammates! Oh, Mann, ich muss meine Streak-Sätze erreichen. Es ist so wichtig. Egal, komm, weiter geht's. Wir müssen da reinkommen. Break die Stellung, break sie. Schönes Ding. Irgendwo hier ist einer. Nice. Schön, das war wichtig. Komm, Teammate, helf mir. Okay, nice, schön. Den hole ich auch noch. Perfekt. So, die können jetzt eigentlich nur von da hinten kommen. Boah, das war so wichtig. Okay. Nice. Kurz vor Tarn-Heli. Wenn wir den erreichen, ist echt sehr gut. Oh Gott. Ah, shit, zu zweit kamen sie. Egal, weiter geht's. Man, wir haben gut Streaks gemacht. Jetzt müssen wir ein bisschen in der Stellung helfen. Okay, komm, wir gehen mal zur nächsten. Boah, schönes Aim. Okay, der ist hier vorne. Der ist irgendwo hier vorne. Da ist er. Nice. Perfekt. Oh nein, den kriegen wir nicht. Wir sind eben einmal raus. Die kommen von hier. Nice, den haben wir. Schön. So, jetzt halten wir die Stellung noch ein bisschen. Okay, die sind schon in der nächsten. Ich halte die aber noch eben zu Ende. Der ist da hinten. Nice, schönes Ding. Okay, rüber, jetzt rüber. So, ich mach eben hier zu. Dann können die da schon mal nicht rein. Nice, schönes Ding. Okay, ich guck hinter uns. Okay, die kommen von da, die kommen von da. Nice, haben wir. Die dürfen nicht reinkommen, die dürfen nicht reinkommen. Ich muss die jetzt weghalten hier. Scheiße. Oh Gott. Okay, Tarn-Heli haben wir. Schönes Ding. Jetzt gehen wir nochmal rein. Der ist hier oben. Jetzt ging's doch. Okay, von der Stellung fernhalten. Wir sind beide da. Komm. Über Döner kommen sie, über Döner. Das sollten wir eigentlich schaffen jetzt. Boah, nein, die sterben nochmal. Egal, Tarn-Heli macht den Abschluss. Okay, noch 4.3, 2, 1. Nice, Jungs, Alter. 44, 16. Ich dachte, ich wäre viel schlechter. Ich dachte, ich hätte viel schlechter gespielt. Boah, die haben uns richtig dominiert am Anfang. Aber dann haben wir uns echt richtig gut zusammengerissen. Und wir haben richtig gut gespielt, Mann. Ich habe unserem Team auf jeden Fall ganz gut geholfen. Sehr gut. Okay, Jungs, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese zweite Liga-Runde. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ohne Scheiß, Jungs. Ich würde mich richtig für 5000 Likes freuen. Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann schreibt mir auf jeden Fall weitere Verbesserungsvorschläge und eure Gamertags in die Kommentare. Und dann würde ich noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und... Ciao.